Und damit herzlich willkommen hier bei ÖPNV Simulation, ich bin's der Dennis und begrüße euch zu einer neuen Folge Train Sim World 4, heute auf der S8 von Halle nach Dessau Hauptbahnhof mit einer Baureihe 143. Eine Baureihe, die ich persönlich jetzt nicht sehr bevorzuge, von außen ja zu fahren, eher weniger. Aber ich hab sie mir extra für euch rausgeholt, dass wir da vielleicht einen gemeinsamen Nenner finden. Also werden wir mal schauen, ob das einigermaßen funktioniert. So, erstmal wollen wir die Türen entriegeln, dazu müssen wir aber erstmal den Richtungswender hier finden. Wo war denn der hier nochmal? Äh, Vargas-Türen öffnen, ne, das ist es nicht, Moment. Das ist der Zugkraftbremsregler, wo war denn hier nochmal? Musst du den noch irgendwo reinstecken, oder? Ja, ich weiß, dass ich einen Richtungsschalter reinstecken muss, aber wo war das nochmal? Das war doch hier, hier war das genau. So, äh, jetzt erstmal Türen auswählen, wo war das? Oder geht das einfach so, ne, das war natürlich klar. Ähm, wo war denn hier der Türwahlschalter? Da. Oh, und öffnen. So. Haben wir natürlich schon ein bisschen Verspätung, weil ich jetzt hier nicht mehr alles gefunden habe, aber ist jetzt egal. So, Bremsschlüsse an, lösen. Direkte Bremse ist schon gelöst. BZB, LZB. Na gut, LZB, hat der LZB? Ne, LZB hat er in dem Fall jetzt nicht. Äh, Türen verriegeln. Ja, machen wir. Äh, Zugkraft hat er. So, und dann wollen wir loslegen. Gehen wir auf 40 erstmal hoch. Eigentlich soll sie sich ja relativ einfach steuern, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das ist aber immer so eine Sache, ne? So, ich glaube, ich fahre gerade zum ersten Mal in diesem Spiel, äh, 143. Ich bin vorher noch nie eine 143 gefahren. So, ich muss mal eben gucken, ob mein Ton euch zu hoch ist. Aber ich glaube fast, das passt alles. So, dann gehen wir mal auf 80 hoch. Es bleibt nämlich dabei. Ja, Sifa, ich weiß. Ich glaube, ich fahre gerade wirklich zum ersten Mal eine 143. Das hätte ich jetzt auch noch nicht träumen lassen. Ich wusste gerade gar nicht, dass ich die wirklich noch nie gefahren bin. Ähm. Der kümmert sich ja hoffentlich um meine Geschwindigkeit. Was sagen die Signale? Das sieht erstmal eigentlich gut aus. Ich suche hier gerade, äh, hier, Signallichter. Wir sind weiß. Weiß, weiß, so. Signallichtmitte kann ausbleiben, genau. Obwohl, können wir eigentlich mit anmachen. Genau. Ähm. Heizung ist egal. Haben wir hier noch irgendwas? Fahrprogramm brauchen wir nicht. Lokführerpultbeleuchtung, Instrumentbeleuchtung ist gut. Ansonsten, wir können normal bleiben und das müssen wir so oder so benutzen. Gut. Makrofon können wir auch nochmal benutzen. Und wir dürfen 120 fahren. Ach schön, hier haben sie sogar so eine Einstelltabelle für die Zugsicherung. Das ist ja schön. Wir müssten ja jetzt auf Rapid sein. Sind wir auf Rapid? Müssten wir in der Theorie sein. FML, was auch immer das heißen soll. Wenn es jemand weiß, schreibt es mal in die Kommentare. So. Oh, da vorne kommt schon das Gleis. Das heißt, ich muss mal langsam runterbremsen. Passt erstmal so. Jetzt kann ich nochmal wieder ein bisschen Bremskraft draufgeben. Auf Greppin. Gleis. Schön, dass er nicht mal weiß, welches Gleis das ist. So. Und Fallbremsung. So. Ja. Mit zwei Dostos und einem Steuerwagen Dostos. Wir hatten heute übrigens auf Arbeit einen Steuerwagen Dostos in unserer URD unter Flur Radsatz Drehbank stehen. Wo ja normalerweise nur unsere ICE-Züge stehen. Und vielleicht mal welche von der ODEK. Aber von der Regio haben wir bisher noch keinen drin gehabt. Das war auch sehr interessant. Wenn einer weiß, wo in Berlin-Brandenburg die Umgebung eigentlich die eigentliche URD für Regio ist. Das wäre mal interessant zu wissen. Weil die muss ja irgendwie besetzt gewesen sein, dass die bei uns gelandet ist. Wo ist er? Immer wieder auf 120 hoch. Scheint ja wirklich ein bisschen einfacher zu sein, als ich dachte. Ja gut, aber ich merke, er gerät ins Schleudern. Okay, das heißt, ich muss hier wirklich erst ein bisschen anders aufholen lassen. So, in zwei Kilometern kommt schon der nächste Bahnhof Wolfen in Bitterfeld. So, wir können auch gleich schon auf 140 hoch. Das ist sehr schön. Ich glaube tatsächlich, das lohnt sich gar nicht, auf die 140 hoch zu gehen. Wo ich gerade sehe, wir können gar nicht auf 140, wir sind mit 120 am Ende. So, mit circa 600 Metern will ich anfangen zu bremsen. Ich gehe schon mal richtig runter mit dem Geschwindigkeitswähler. So, und jetzt geht es runter. Also bremsen funktioniert mit der 143 tatsächlich besser, als ich dachte. Dachte, ich werde mich mehr eingewöhnen müssen, aber das geht tatsächlich, weil es so relativ entspannt bremst. So, dann schauen wir doch mal raus. Das sieht aber erst mal gut aus. Ups. Ich habe mich aus Versehen schon verriegelt, obwohl ich nicht verriegeln wollte. So. Wir sind auch noch gut im Zeitplan. Wir sind ein paar Sekunden zu spät, aber das ist okay. So, jetzt können wir wieder verriegeln. Passt alles. Dann gehen wir wieder hoch. Ich gehe erstmal auf 60, damit er uns hier nicht zu sehr durchdreht. So, jetzt können wir ein bisschen wieder hoch gehen. Ja, jetzt passt es eigentlich. Da haben wir eine S2 mit einer 182. Wenn es eine S2 war, das konnte ich jetzt leider nicht sehen. Und erstmal kein Signal vor uns in den nächsten anderthalb Kilometern. Jetzt nützt ein Anhalt. Ist der nächste Halt. Oh, 70er Ankündigung. Müssen wir runter bremsen. So, erstmal runter bremsen, damit uns der Magnet nicht herholt. Und den Rest könnte man eigentlich ausreinen lassen. So, Befreiung ist nicht möglich, weil wir ja das nächste Signalbild an sich nicht wissen. Aber da ist ja auch schon unser Bahnhof. Es ist so interessant, dass hier wirklich keine Signale in den nächsten Dingern ist. So, nö, ich befreie mich jetzt nicht. Muss eh abbremsen. So. Perzeihung. Jetzt bin ich wieder gut in der Zeit. Das ist... Ich bin übereindruckt, wie gut ich mit dieser Baureihe zurechtkomme. Ich komme gerade... Also, ich komme aus dem Staunen gar nicht raus. Ich mag das gerade tatsächlich sehr, mit ihr zu fahren. Hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet, dass ich so gerne mit der fahre. Dann haben wir hier noch eine Minute, die wir stehen können. Okay. Kann ich hier irgendwas machen, vielleicht? Steckenkarte? Achso, da hinten. Hier ist sonst nichts weiter, ne? Jetzt sehe ich nichts. Warten, wir laufen mal zurück, weil wir müssen gleich los. Türe zu. Türe zu. Türe zu. Ja. Allt gut. Und abfahren. Das meine ich mit, äh... Schleudern. Der gerät gerade voll in den Schleudergang. Hier mag ruhig ein bisschen runter, mein Freund. Achso, oh. Ups. Ich wusste gar nicht, was er fahren kann, während das Führerbremsventil noch drin ist. Und ich wundere mich hier. Geben wir mal Vollgas. Funktioniert gut. Beschleunigung ist auch akzeptabel für so eine alte Lok. Aber man merkt noch, dass sie aus der Zeit von den Gangschaltloks, also wo man hier wirklich noch diese... Ich sag mal, Gänge gesehen hat. Hier nochmal auch dieser schöne Steuerrad, wie bei der 103 zum Beispiel. Oh, ich fahre gerade zu schnell. Bremsste eigentlich auch selbstständig ab? Ne, ne? Ah ja. Naja, gut, bringt jetzt eh nichts mehr abzubremsen. Haben wir halt einen kleinen Eintrag wegen erhöhter Geschwindigkeitssitzung. Ist nicht so schlimm. So. Warum wird der jetzt nicht schneller? Muss ich erst wieder nochmal anfangen? Ah ja, okay. Ja, jetzt kommt er wieder hoch. Ich bin schon gewundert, warum er nicht schneller wird. Muss nur daran denken, früh genug wieder zu bremsen. Erstmal mit vier Bremsstufe vier. Gott. Brechen ist heute auch wieder problematisch. Gehen wir mal ein bisschen höher. Soll ich dabei hinhauen. So, passt. Hinten haben wir auch Schlusslicht drin, das ist gut. Und wir sind wieder ein bisschen zu früh. Das gefällt mir aber, dass wir so früh sind. Wir haben jetzt gleich noch Marke und dann Dessau-Süd. Und dann sind wir auch schon auf unserem Zielbahnhof. So, bis 6.18 Uhr haben wir Zeit. Das wäre quasi jetzt. So. Ach, jetzt ist doch eine Traktionssperre drin. Hä? Okay. Verstehe ich nicht, aber okay. So, mal gucken, ob er jetzt stark schleudern tut. Oder ob er dich da eigentlich selber gut rauskriegt. Nö, der kriegt sich eigentlich selber gut aus dem Schleudermanöver raus. Sobald er die 40er Marke geknackt hat, ist ihm eh alles egal. Da kommt ein Steuerwagen entgegen. Na, was hat er dran? Auch eine 143. Ihr könnt ja auch gerne mal reinschreiben, was so eure Lieblingsbaureihe ist. Oder ob ich mal hier irgendwie eine bestimmte Baureihe fahren soll. Könnt ihr mir gerne mal schreiben. Ich habe ja auch schon jetzt länger angekündigt, dass ja was zu Subways im Hamburg kommen soll. Da wird jetzt auch was kommen. Also vielleicht ist es sogar schon gekommen, während ihr das guckt. Oder es wird noch was kommen. Und zwar entweder im Videoformat oder im Livestream. Eigentlich wollte ich im Livestream anfangen und dann nach und nach Folgen produzieren. Aber das muss man sich dann halt alles erstmal in Ruhe angucken. Oh, vielleicht klacken wir diesmal sogar die 120er Marke. Ja, ne, aber die 100 reicht schon, die er hat. Ah, das machen wir mit der Hilfssteuerung. Okay. Das ist also quasi die manuelle Steuerung, wenn ich das richtig verstanden habe. Oh, ich muss runterbremsen. Ich habe zu lange gewartet. Ob ich jetzt noch pünktlich zum Stehen komme, das sei gefragt. Ah, doch, ich komme pünktlich zum Stehen. Gott, habe ich gerade einen Schreck gekriegt. Jetzt komme ich sogar ein bisschen zu früh zum Stehen. Aber ist okay. Das wirkt immer so, als ob der auf ihn angeschossen kommt, ey. So, jetzt haben wir ein bisschen Zeit. Ich gehe mal mit die Bremse zumindest ein bisschen reinmachen. So, Streckenkater habe ich hier schon. Der anderen Seite noch was. Nö. Wir haben ja jetzt eine Minute noch Zeit. Da sehe ich aber auch nichts. Ich dachte, er hat etwas an uns vorbei. Ah, nö, hier ist nichts weiter. Okay. Okay. Ein sehr langweiliger Bahnhof. So. Rein. Zu. Wird von innen zu. Und Türen schließen. Bremse raus. Abfahrt. Ja gut, es interessiert sich nicht, wie viel Leistung ich aufschalte in dem Fall. Ah gut, mit der Hilfssteuerung kann ich das also quasi nochmal ein bisschen variieren. Das ist gut zu wissen. Wusste halt wirklich nicht. Ich könnte ja mal gucken. Müsste halt nur gucken, mit welchen Tasten man die bedient. Die, den Hilfssteuerungsding. Weil ich will nicht die ganze Zeit mit der Maus hier hin und her machen. Äh. Vielleicht habt ihr ja Lust, dass ich mal nur mit der Hilfssteuerung arbeite. Das ist ja wirklich dann so wie damals. Dass man ja wirklich nur diesen Hebel nach vorne gemacht hat. Wie bei der 111 oder 110, glaube ich. Wo man ja wirklich drauf achten musste, dass man nicht zu sehr in den 40-Knoten-Bereich kam. So, jetzt können wir durchfahren. 5 Kilometer, haben wir also ganz viel Ruhe. Keine Knoten-Bereich kam. So, jetzt nervt, jetzt nervt eigentlich nur die Sifa. Da steht auch noch immer noch Dessau. Die Rangiersteuerung würde ich jetzt ungern anfassen. Schallsender? Was macht denn ein Schallsender? Habe ich ja noch nie gehört. Niedriges Makrofon. Bremsüberbrückung? Okay. Ja gut, die Signale stehen alle eh auf grün. Die brauche ich gar nicht mehr angucken. Ah, hier ist der Bremserlösen-Taster. Was ist das hier? Zugbremser. Ja, das ist mir klar. Aber was ist das hier? Scheibenwischer. Okay. Also wie ich das richtig gesehen habe, kann man sogar aus 300, 400, 500 Metern gut bremsen. Das heißt, wir werden gleich mal versuchen, eine Vollbremsung bei ungefähr 500 Metern hinzulegen. Ein Hamster. So, und los geht's. Nein, ich komme glaube ich zu früh zum Stehen, ne? Heißt, ich kann wieder ein bisschen runtergehen. Die Bremse steuert aber wirklich sehr direkt an. Ob das wirklich so ist, weiß ich ja nicht. So. Jetzt sind wir wieder fast ne, zwei Minuten zu früh. Gucken, was hat denn Dessau Süd zu bieten? Na, haben die ein bisschen hier was, was wir machen können? Da kann ich eine Strecke-Karte hinzufügen. So, schauen wir mal. Auch ganz schön wenig los hier. So. So, Mülleimer. Klingt mir auch nicht viel. Aber hier ist sonst auch nix. So, hier. 6 Uhr 28. Da werde ich abfahren. Ah nö, sonst ist ja halt wirklich gar nichts. Damit komme ich denn eigentlich hier hinter? Na, bis zur Hacker, okay. Ja, okay. Ist nix Spannendes hier. So, Tür zu, Tür zu, Tür zu. Beimüsel lösen, Abfahrt. Wir müssen hier mit der Hacker abfahren. Bye. Wir müssen am rất, sehr glücklich at euch. macht schon spaß weil wisst ihr was den endbahnhof haben wir jetzt ohne dings durch hab mal ich will mal ein bisschen gucken ob ich das hinkriege ist jetzt irgendeine geschwindigkeitsbegrenzung gekommen ne gut wir fahren jetzt durch ich halte mich wirklich rein an die signale die ich sehe jetzt kommt erst die meldung oder wird es fängt dann langsam ran runter zu schalten hmm ankündigung 60 ok müssen wir runter bremsen ist so weit runter dass es der magnet nicht mehr gefährlich werden kann ich glaube da kommt noch mal ein wiederholer haben wir magneten ich würde da nämlich zur sicherheit bestätigen ne haben wir anscheinend nicht und da kommt ein gelbes signal und 60 also jetzt runter auf 60 bleiben wir auch bei der 60 weil der 500 herz magnet wird ja auch irgendwann anschlagen so wenn wir hier schon rüber gehen ja dann haben wir hier 60 fahrt also hier ab 60 so ich bringe es noch mal ein bisschen runter 500 herz magnet ist aktiv so und wir sind angekommen so machen wir mal die zugbremse aus direkte bremse können wir so lassen bremsschlüssel an äh aus höh der war rückwärts lol ok oder ich war das gerade ich weiß es nicht so richtungswender ausgesteckt und die signale machen wir wieder auf rot das mittlere aus dann gehen wir zum steuerwagen und verriegeln von dort aus die türen so so die guten auch aktiv sieht erstmal so ne hä achso wahrscheinlich weil der war ja kein steuerwagen oder so aktiv ist ähm s8 genau so jetzt muss der panto sich ja eigentlich gleich ändern wenn ich rübergehe rüber 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 bitte so spitzen signale batterie ist fahrend schalte ich alles gerne mit ein wenn ich jetzt noch vorwärts schalte müsste der panto eigentlich hier sich wechseln was aber irgendwie nicht tut aber er ist zumindest die türen wollte mal gucken ob er leistung aufschaltet aber hat er auch nicht gemacht wir haben es geschafft mit hier ein bisschen geschwindigkeitsüberschuss aber das ist okay und wir sind trotzdem auf gold ich danke mich auf jeden fall fürs zusehen und ich freue mich wenn ihr zur nächsten folge train the world 4 wieder einschaltet bis dahin auf wiedersehen bis zum nächsten mal